Das klingt nicht gut. Was ist geschehen? Toll. Nein! 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 Die Frau gefällt mir mit der Mörder. Was? Wie? Wo? Du hast deine Leute. Ich bin der Mörder der Mörder der Mörder. Diese Leute sind die Archer, Schmerz, Experten in both range and close combat. Sie sind deine. Wenn du dir helfen kannst du Griff. Sie sind deine Mörder. Ja! 20 Minuten. Mein Vater denkt immer noch, dass sie ein Börder der Mörder sind, für die Rechte. Was musst du verlieren, Roderick? Griff hat eine Nachtwärmung, wo du warst. Du kannst keinen Grund haben, ihn zu halten. Das könnte uns beide helfen. Die Whitehills haben noch meinen kleinen Bruder. Wenn ich grifte, dann erzähle ich ihm, was sie zu Ryan machen. Ich verstehe, dass du Angst hast, Roderick. Ich will nicht, dass Ryan mehr schmerzt, als du. Das ist richtig. Lass uns loslegen! Lass uns loslegen! Lass uns loslegen! Ja! 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 Ich will! Ich will! Ich will! Ich will! Ich will! Oh! Ich will! Ich will! When diese plague conven Island, wir würden... jugend in Atas großartig palette. Wir haben bleiben shoes. Eine Mar Пот12e haben, ein paar Jahre zu ly decitern. Ich liebe dichілder. Ich liebe dich, Helene. Und ich liebe dich selbst. Eli, Jan, na, wird dies nicht vergessen. Und auch ich werde dies nicht vergessen. Das wird eine Wende in der Zeit herbeiführen. Eine Wende in der Geschichte. Und ich freue mich schon darauf, das Nierzmetzeln was widerrechtend ist. Die Lannisters haben Spiele überall. Was ist es, Tom? Ich erinnere mich an die Warnung, die du von Roderick hörst hast. Über Whitehills Kontakt. Hast du nichts gefunden? Es ist nur ein Warnung. Aber dein Bruder ist richtig. Lord Whitehill. Lord Whitehill ist eine große Warnung zu jemanden hier in King's Landing. Er ist definitiv zu etwas. etwas Großes. Sie wurde ausgeladen? Echt jetzt? Sie wurde ausgeladen? Nein? Nein? Die Handbänden schauen sich nicht an sich. Ich denke, ich kann sie überzeugen. Ich weiß Dinge über sie, die sie nicht sagen würde. Es ist Zeit, um ein bisschen Druck zu nehmen. Es ist knappe Zeit. Nein. Es ist einfach, Frau Mira. Keine Angst. Ich weiß auf dich aufzupassen. Ich krieg das schon irgendwie hin. Oh Gott. Na toll. Ich kämpfe an drei Fronten und an jeder Front ist irgendwie Verrat zu riechen. Genauso wie hier an dieser dunklen Mauer. Bevor es aber hier weitergeht, werde ich erstmal eine kleine Pause machen. Ich�지 nicht einfach den Katta等一下 machen. Diese müssen sich in der Kutchoge legen lassen. Das muss nach dem Kuss zu haben. Ich muss dasľ. Ich verstehe einen fest. Ich ziehe ihn in der alten Kutiko. Bis um morgen Uhr Nachhol zu gehen. Naja. Naja. Als nächstes habe ihn hier einen Kuss ausgeladen. Naja. Naja. Naja, das hättest du gerne. Das würde erst dir das Spiel einst. Einfach machen, aber ich bin jemand aus dem Hause Forrester, der ein Ziel hat. So, dann wollen wir mal gucken, wie kommen wir denn hier raus. Ein Sack voll Zwiebeln, irgendein kurzen Eimer, Loch an der Mauer. Was ist das? Nein, ganz sicherlich nicht. Ich weiß nicht, was ich erwartet. Das weiß ich auch nicht. Keine Wache mehr da. Tjo, lose Stein. Komm schon, komm schon. Ich will nicht. Biss. Dann helfen wir raus. Ach nee. Ja, ist kein Problem, wo mich lieber hier aus, anstatt mich zu fasseln. Du kriegst das hin. Du kriegst das hin. Na toll. Ich brauch irgendwas. Was ist das? Holzabfälle? Nein, die helfen mir sicherlich nicht. Sand? Sand helfen wir ganz sicherlich auch nicht. Zack, voll Zwiebeln. Dann Ernst. Gut, könnte mir als Nahrung dienen. Oh, Moment mal, hast du das gerade eben gesehen? Hast du das gerade eben gesehen? Rostige Kelle. Ja, das ist so richtig. So, Sand, Holzabfälle, nö, wende die Kelle mit. Na, na. Genau. So, schneiden, schneiden, schneiden. Machen wir einfach mal hier, so da. Dann hier. Und dann hier. Ja. So, die Tür ist los. Eine, äh, weiß ich nicht, brauch ich doch. Aber komm schon. Lass uns keine Zeit verlieren. 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 Okay. Sass... Lass uns keine Zeit verlieren. Lass uns keine Zeit verlieren. Lass uns keine Zeit verlieren. Lass uns nie verlieren sich. Lass uns nur kontrollieren können. Lass uns Bevölkerung sitzen. Lass uns conspiracy- Netta Henabens. Okay, komm schon, komm schon, komm schon, unter dem Wagen durch, er wird mich nicht sehen, er wird mich nicht sehen, komm schon, komm schon, beweg dich, nicht stehen bleiben. Mein Gott, ihr hängt mir doch nicht so auf Schrecken ein, Junge, Mensch. Sehr gut, sehr gut. Komm schon, den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Beweg dich raus hier. So, es ist eh vorbei. Oh, es sind alle anderen, die wir da haben. Den Baum, die Zeiten. Wir sind sicherlich deserrtert, wir haben unsere Wagen. Ich habe viele Wagen genommen, auch viele Wagen genommen. Wagen sind keine Scheiße. Es wird ein Preis auf unsere Hände. Meine Familie nach Hause ist auf mich, um die Dinge richtig zu machen. Ich... Und ich meine, es zu tun. Die Wagen werden mich nicht stoppen. Wir wissen, wir sind jetzt. Dann kann ich mich nicht stoppen. Dann kannst du also schnell gehen? Lauf... 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 Pride and Purpose.